Hallo Leute, ich hab'n neues LPS. Ja, und das werd' ich euch jetzt zeigen. Es hat 2,99 Euro im Schlecker gekostet. Diese Eugen hier. Ich werd' euch mal zeigen. So, ich hab' schon alle gemacht, dass ich dann das Petter krieg'. Ja, also ich hab's gefunden. Also, ich hab's nicht gefunden. Ähm. Eikessin hat mir davon erzählt. Mhm. Also, es ist jetzt weiß. Ähm, ich hab' noch keinen Namen für sie. Schreibt's für die Kommentare. Also, die Eule hier mit dem Kuchen hier. Das kann man hier doch einschicken. Uh, uh. Oder in den Mund stecken. Na gut, vor allem ging's noch. Na gut, ich lüg'. Das ging noch gar nicht. Also, sie kann selten stehen. Ja, und jetzt werd' ich mal alle zeigen. Mit ihr und mir. Okay. Ich hab' etwa ein Stück. Ähm. Ähm. Ja. Also, sie ist. Ja. Äh. Und dann bin ich's noch. Bye. Bimmune I Alrighty good. So